die wiener urkunde gibt es als pdf datei hier man braucht in google nur nach wiener urkunde suchen da findet das nach auskunft des dortigen beamtens ist diese wieder urkunde gemeinfrei das heißt sie kann kopiert werden frei verwendet werden im internet überall herumgereicht werden und als grundlage für eine online steno community dienen bisher haben sich die stenografenvereine in ihr stilles kämmerlein zurückgezogen und es ist eine lücke zu sehen im internet dass eigentlich keiner diese kostbare perle herausrücken möchte das können wir ändern